hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen part von der long dark und bevor wir anfangen vielen dank an all diejenigen die das letzte video bewertet haben bedeutet mir sehr viel unterstützt mein kanal und mich am besten eigentlich auch fast am einzigsten und ja wie gesagt vielen dank dafür freue ich mich immer wieder so was haben wir das letzte mal erlebt wir haben jeremiah sein gewehr zurückgebracht er will jetzt natürlich rehfleisch von mir ich hatte gesagt er will ein schwimmcocktail und ich lag damit gar nicht mal so falsch er will eine portion mehr haben zehn kilo glaube ich wieder haben ich hasse nicht ich würde ihn so gerne erschießen ich glaube ich kann nicht so es gab ein großes update von der long dark keine ahnung ob das mich in irgendeiner art und weise betrifft oder irgendwas ändert keine ahnung weiß ich nicht so wir haben auf jeden fall um hunger und wir haben eigentlich auch echt genug zum mampfen haben uns einen guten energieriegel rein wieso nicht kommen einer geht noch 70 67 schokoriegel mit 67 prozent läuft wie gesagt fast wie man echt das leben ich ernähre mich eigentlich hauptsächlich von frischen schokoriegeln und energieriegeln anders komme ich nicht über den tag geschmacklose schokoriegel das geht auch schon eher in die kategorie von dem was ich mir leisten kann so ich bin immer noch überladen aber brinden wir tatsächlich drinnen ist eigentlich okay fünf tasten t das ist auf jeden fall das ist das ist ein neues symbol und unten rechts dass da gerade die rote das rote gewicht ist das ist aus meiner sicht auch neu finde ich aber gut gefällt mir gut dann gehen wir auf ihr reagt oder bleibt uns fast nichts anderes übrig das wird ihnen mordspaß jetzt hier die rehe zu erschießen dass das sehe ich jetzt schon schon mal ganz kurz in die map wo muss ich hin wir sind hier ich kann quasi an den bergen einfach weitergehen und dann kommen wir an irgendeinen gefrorenen fluss sehen weiß der teufel was irgendwas ok des lehrer ja irgendwann hat in den kommentaren geschrieben dass ich das letzte mal dezent an dem schatz vorbeigestiefelt bin war klar dass ich sogar relativ knapp dran vorbeigestiefelt bin und ja und ja das war irgendwie absolut klar dass mir das passieren wird ich hatte es glaube ich sogar gesagt dass ich absolut dran vorbei glitschen werde aber ja ihr kennt mich ja mittlerweile vom glückverfolg in dem spiel wenn ich jetzt hier irgendwo unterwegs ein totes idee finde rein hypothetisch sagen wir es ist an alter schwäche gestorben oder von wolf zerlegt worden ist mir eigentlich egal wie es gestorben ist es ist tot so ende der geschichte würde ihm das eigentlich auch reichen oder muss ich jetzt wirklich hier aktiv ein rea schießen ich meine mal ihr kennt mich ja ich bin absoluter pazifist ich würde niemals jemanden erschießen ich meine jedes meiner spiele wo ich irgendwie waffengewalt anwenden muss da habe ich komplett darauf verzichtet daher würde das auch anders gehen muss ich jemanden töten wo sind sein haus sehe ich das von hier noch da so ich glaube da so ist es und da müsste ich eigentlich also ich würde jetzt sagen ich muss in die richtung aber ich mir die karte sagen gucke ich finde die karte hier so verwirrend es ist eigentlich geradeaus rüber hier über ein paar hügel da finde ich es gerade verwirrend dass ich hier hoch konnte verdammte axt ich habe jetzt eigentlich gehofft dass ich hier damit ich gehe jetzt einfach mal hier hoch mal gucken ich werde mich verlaufen ich werde sterben und mich mich verlaufen und mich höchstwahrscheinlich in den tod weinen sich jetzt schon okay ich bin jetzt ziemlich hoch muss ich die viecher an dem ort jagen oder darf ich irgendeins erschießen wenn ich eins finden sollte fragen über fragen leute ich habe keine ahnung ob ich ob ich auch nur ansatzweise richtig aber wie gesagt ich kann die karte absolut nicht lesen also wir könnten uns schon total verlaufen haben wir haben uns wahrscheinlich schon total verlaufen was weniger könnte als ein wir haben es mit sicherheit da unten ist eine hütte schaut ziemlich abgefuckt aus aber vielleicht kriegen markierungspunkt das wird toll das wäre wirklich wirklich geil an und für sich geht es uns eigentlich recht gut totes holz schauen wir mal wirklich wirklich ich bin hier tja bin ja fast richtig wie zum teufel konnte man da falsch gehen ja ich weiß es nicht genau aber ich habe es hingekriegt geil hier ist ein ofen ohne metallpfanne toll toll ok laut karte gibt es beim toten holz wo ist es denn eine felsformation und da müssen wir durch ihr seid lustig dass sie die felsformation wahrscheinlich oder ja gehen wir mal da lang ich komme von da und bin in die falsche richtung gelaufen dann könnte es schon die felsformation sein problem ist da ist auch eine felsformation da ist auch eine felsformation diese auf der karte aus meiner sicht nicht eingezeichnet was hügelig ist aber es wird schon dass sie sein wird schon passen irgendwie ich bleibe dabei ich werde verhungern da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher das baumelt denn hier an dem baum dann das ist doch neu oder das nehme ich mal mit aha was kann ich dann was kann ich damit machen aha aha antibakteriellen eigenschaften cool ist das schwer natürlich nicht hier irgendwo bei crafting wahrscheinlich oder das ist nicht schwer und ich habe es noch nie gesehen dann nehme ich es einfach mit könnte sein dass wir sehen von mal irgendwann mal brauchen so ich komme von da kommen die drei dinge nehmen jetzt auch noch mit das werde das wäre jetzt der ober joke wenn der wenn jeremiah immer sagen würde hey bring mir bitte bad vielleicht bad vielleicht heißt das glaube ich oder bad flechte und ich hätte dann schon einen guten schwung in meinem sack das wäre doch mal toll aber so viel glück werde ich nicht haben never so jetzt passt mal auf wenn ich jetzt hier durchgehe und geradeaus dann müsste ich ja ich glaube ich gehe geradeaus ja von da komme ich jetzt hier geradeaus geht dann müsste ich doch irgendwann mal da ankommen oder wo ich hin will habe ich noch einen kaffee habe ich nicht hätte mir vielleicht ein herstellen sollen wäre vielleicht nicht dumm gewesen das wird doch jetzt eh danach ja ein absolutes chaos ein dreh zu erschießen das sehe ich jetzt schon ihr habt ja gesehen was passiert ist als ich versucht habe den wolf zu schießen und ich bin mir sicher dass einer von beiden schüssen gesessen hat aber ja ein kompass wird toll ich habe halt beim besten willen keinen plan ob ich richtig bin wahrscheinlich ist das jetzt im spiel ist das jetzt so einprogrammiert dass das der einzige sport ist wo man momentan hier finden kann ich werde ich habe mich so verlaufen echt hart verlaufen speicher vorgang aha ja gefühlt bin ich jetzt hier geradeaus über den hügel drüber und sollte jetzt eigentlich irgendwann einmal tja ankommen schaut ehrlich gesagt nicht so aus mal gucken mal gucken ich glaube auf jeden fall auf eine mauer zu und ich bin müde toll ich hätte mir so einen kack kaffee machen sollen ja er bestätigt was er gähnt ok also hier geht es definitiv nicht weiter gehen wir mal in die Richtung ich habe mich ich habe mich verlaufen schlicht und ergreifend habe ich mich verlaufen und ich weiß jetzt auch nicht bin ich zu weit bin ich nicht zu weit keine ahnung es könnte sein dass ich 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 habe noch nicht mal eine idee wo ich gerade bin irgendwo auf der map aber das ist sack präzise also wow spannender part ich bin so müde ich bin so müde der kracht mir doch eh zusammen bevor ich überhaupt das erste Viech nur sehe und die regeneration vom von ausdauer ist mittlerweile echt mehr er kommt schon ich will ich will diese kack jetzt finden hier scherr wild ich will tot und verderben bringen yo leute das schaut richtig aus ich glaube ich habe es doch noch gefunden also da ist auf jeden fall ein ich habe es gefunden okay okay so gewehr ja mal durchladen ich vermute dass ich ziemlich nah dran muss und bestens keine geräusche machen hier war doch irgendwo eins das ist viel zu weit weg sage ich euch da treffe ich niemals ich muss näher und ich denke es muss wahrscheinlich ein headshot sein ich will das Viech eigentlich nicht erschießen ich habe es nicht nötig ich habe so viele cracker in der tasche das ist eigentlich nicht notwendig habe vor allem ich glaube wenn ich jetzt schieße und den ich treffe dann bricht die die panik aus und alle laufen weg und die wölfe sind da komm schon ich glaube das ist das größte problem wenn ich jetzt hier daneben schieße dann habe ich hier glaube ich echt ein hartes problem da hinten sehe ich schon einen wolf geil ich weiß jetzt nicht nicht vielleicht der hier der bessere kandidat ist zum töten weil der ist nicht so nah an den wölfen dran weil der ist nicht so nah an den wölfen dran hoffentlich ist das eis hier nicht dünn wie nah muss ich dran bleib stehen mein freund komm schon fuck fuck tja wie gesagt voll verkackt aber das ist auch echt unpräzise den habe ich noch nicht mal getroffen kein blut kein gar nichts aber hier seine spuren vielleicht beruhigt er sich ja relativ schnell bestimmt da ist eine hütte okay ich habe ihn gesehen läuft er immer noch also danach will ich auf jeden fall zu der hütte okay da ist er so ich bin jetzt wieder aufgeschreckt ach komm schon bleib stehen ich will dir nichts böses ich will dich nur töten okay ich bin müde der tag ist eh fast vorbei wir gehen jetzt runter in die hütte gucken mal was in der hütte drin ist und legen uns da pen immer morgen ist neu ist auch ein tag da können wir es auch versuchen okay schon erstmal ins scheißhaus ob es da was gibt scheinbar nicht komm lass mich da bitte rein ja geht dann können wir uns ein bisschen wasser kochen ok temperatur passt eh tu mal die knarre erstmal weg bücher karton irgendwas was von wert ist buch ich bin in die bücherei angebrochen leute ich breche ab kondensmilch naja was haben wir hier eine baseballmütze wow eine sportweste Kissen keine munition oder irgendwas was gar nichts und nicht mal einen ofen leute ach komm schon was sind das für eine abgefuckte hütte aber 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 mh 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 ok also nochmal 13 mal stoff und wir wären fast safe ok wisst ihr was das machen wir jetzt auch so die sportweste wo ist sie da die ist doch niemals besser als irgendwas was wir haben ne die ist auf keinen fall besser die zerlegen wir Aktion zerlegen so dann hatten wir das baseball cap das zerlegen wir auch schon mal zwei stoff dann haben wir noch vorhänge und kissen die zerlegen wir nämlich auch und vorhänge habe ich nicht toll toll die kissen kann ich nicht zerlegen toll den nehmen wir so einander sind schon mal drei dann haben wir schon mal fünf stoff bringt uns auf jeden fall schon mal ein bisschen näher ne sonst echt nichts ey ich hab halt kein messe das ist so zum kotzen in der hütte gibt es halt wirklich nichts sechsmal stoff hmmm komm zerlegen wir mal so jetzt müsste ich doch elf stoff haben oder okay trinkt man schluck ich muss auf jeden fall demnächst feuer machen weil ich habe nichts mit zu trinken ähm energieregel schokoriegel wir müssen uns auf jeden fall dann hier noch was kochen ist halt kacke dass hier kein ofen drin ist in der nähe war auch nichts oder ich weiß ich gehe gleich wieder in die bude rein und ja leg mich hin ähm so das muss kurz sein ähm so ich weiß ich bin müde ich hoffe der fällt jetzt nicht um das wäre echt scheiße so was abkochen das ist hier gerade echt das spiel mit dem feuer und zumindest eine zwei werden premium ok ich muss rein ja ja und jetzt darfst du dich hinlegen mein müder sack so zwölf stunden läuft bevor wir uns aber hinlegen trinken wir nochmal was und und es noch mal einen happen so zwölf stunden sollte doch reichen na bist du wieder fit und wir haben sturm draußen geil ich bin so ein glück glückspilz ich bin ein glückspilz das macht das jagen sicher viel einfacher ach komm schon leute niemals niemals ey das ist ich glaub das ist total schwachsinnig grad rauszugehen Das ist ein Hase. Kann ich mir auch einen Hase bringen? Das ist fast wie weh. Ne. Das tue ich mir nicht an. Also bei dem Sturm auf keinen Fall. Ich hoffe, ich finde die Hütte wieder. Die müsste auch hier irgendwo gewesen sein. Ey, sowas in der Art habe ich fast befürchtet. Jetzt finde ich die Hütte nämlich nicht mehr. War doch nicht so weit weg. Sonst baue ich mir meinen Iglu. Also das haben sie echt krass gemacht in dem Spiel. Das haben sie wirklich, wirklich gut umgesetzt. Wenn der Sturm ist, siehst du nichts. Da, die Hütte. Schaut euch mal an, wie weit ich davon weggelaufen bin. Aber der Sturm ist vorbei. Der Sturm ist eiskalt vorbei. War ich denn jetzt einen Kaffee? Weil das ist gut gegen meine Müdigkeit. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Kack Reh finden. Hirsch. Ding, was ich töten muss. In dem Part hätte ich jetzt echt gerne eins erschossen. Aber mit dem Gewehr, das ist echt. Was passiert, wenn ich keine Munition mehr habe? Ja. Ja. Ich vermute, ich bin irgendwo hier, oder? Ich kam doch von hier oben. Ich vermute, ich muss jetzt hier einfach nur hochklettern. Irgendwie. Das hört sich irgendwie gerade einfacher an, als es tatsächlich ist. Hier irgendwo war doch dieser Kacksee. Aber wo? Dieser Scheiß, dieser Scheiß-Hirsch hat mich echt auf eine falsche Fährte gebracht. Tja. Hat er gut gemacht. Muss ich ihn wirklich lassen? Hat er Premium gemacht. Und weiß der Teufel, wann ich jetzt wieder Hirsche finde. Da habe ich den Spot gefunden und war kacksvoll beim Schießen. Aber Schießen und Jagen ist in dem Spiel auch so hart abgefuckt. Ich darf euch mal ganz dezent an die Geschichte mit den Steinen auf Hasen werfen. Also ich habe mir dazu dann tatsächlich Videos angeguckt, wie es gibt echt Freaks, die das voll drauf haben. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Okay. Das ist ich habe es wieder gefunden. Aha. Da ist auch ein Hirsch. Einen habe ich gefunden. Wo ist er denn? Nein. Okay. Am anderen. Okay. Okay. Da ist einer. Kommt schon. Lasst mich bitte mindestens eine noch erschießen heute. Wenn ich einen erschossen habe, dann bin ich echt zufrieden. Wo kam der denn auf einmal her? Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Der hat sich mir angeboten und ich habe ihn nicht erwischt. Dafür musst du hier dran glauben. Das muss jetzt einfach klappen. ich weiß halt nicht, wie nah ich dran darf. Weil der Wolf damals, der war sicher nicht viel weiter weg. Dem habe ich doch mitten ins Gesicht geschossen. Tja. Ja, dem hätte ich ins Gesicht geschossen aus meiner Sicht. Oder ich habe es so hart verzogen, dass ich in den Baum geschossen habe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie nah ich an die Drecksviecher dran darf. Ich habe keine Ahnung, wo das Viehchen gelaufen ist. Da sehe ich einen. Der ist auch in der Nähe von der Hütte. Der wäre super. Wo ist er denn? Ich schleiche mich jetzt an den dran. Erjagen ist echt kacke. Also die Programmierer waren definitiv Pazifisten. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich so schieße, ob ich ihn treffe. Okay, den habe ich erwischt. Den habe ich erwischt. Ich sehe die Blutspur. Den hole ich mir. Und wenn das das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Wenn ich auf meine Temperatur gucke, ist es das Letzte, was ich in meinem Leben tue. Ey, jetzt komm schon. Fall einfach tot um, Alter. Schaut euch das mal an. Ey, den finde ich doch nie wieder. Never. Da oben müsste irgendwo die Blutspur von ihm noch sein. Jetzt treffe ich so ein Drecksviech und es läuft weg. So, Blutspur. Blutspur, Blutspur. Oh, Mann. Ja, der Part ist jetzt auf jeden Fall über Länge. Wenn euch sowas gefällt, einfach mal ein Like da lassen. Würde mich, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, toll. Jetzt ist es mir kalt und ich habe keine Ahnung, wo das Viech hin ist. Tja, das ist hier offensichtlich runtergesprungen. Top. So, da schaut noch Blut aus. Da ist auch noch Blut. Blut. Ich habe keine Ahnung. Ist der da wieder hochgelaufen? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Welcher fliehe auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wo das Viech hin ist. Ich habe es verloren. Oder liegt's da hinten? Abgesehen von, ich habe keine Ahnung, wo das Viech ist, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und jetzt haben wir auch noch einen Sturm. Ey, da liegt das. Da liegt das, Leute. Ich habe eins erledigt. Ich glaube, das ist meins. Und wenn nicht, ich nehme es trotzdem. Hab bitte zehn Kilo dabei. Nicht ganz, ich muss wirklich noch eins töten. Leck mich am Arsch. Fast drei Stunden in der Zeit sterbe ich doch. Ja. Okay. Okay, ich gehe jetzt. So. Der Wolf wollte mich. Okay, ich gucke jetzt mal ganz schnell, wenn ich hier über den Hügel gehe, ob ich irgendwo das Haus fände, wo wir uns versteckt hatten. Wenn ja, Premium. Wenn nein. Das müsste... Hau ab. Wo ist der Kack-Wolf? Toll. Verstaucht das Handgelenk. Okay, das ist der... Das ist auf jeden Fall der See. Und ich kann keine Waffe tragen. Das heißt, ich werde gleich im Fist-Fight mit dem Wolf enden. Ey, wo war das denn? Der greift mir auf jeden Fall gleich an. Das Problem ist, ich kann halt auch gerade nicht... hier eine Eishöhle bauen. Ich... Da ist die Hütte, Leute. Da ist die Hütte, da ist die Hütte, da ist die Hütte. Aber der Wolf will mich nicht in Ruhe lassen. Gegessen wird erst in der Hütte. Also mir geht es gerade echt schlecht. Aber ich befürchte, eine Auseinandersetzung mit dem Wolf packe ich gerade nicht. Ich glaube, die ist gerade nicht drin. So, kommt schon. Mann, das wird ein langer Part, Leute. Das wird ein langer Part. Aber in die Bude will ich es jetzt nur schaffen. Ah, die Temperatur geht zumindest etwas hoch. Der Wolf lässt nicht locker, Leute. Komm, rein, rein, rein. Boah! Habe ich es geschafft? Ich weiß es nicht. Hat mich der Wolf noch erwischt, weil der hat gerade Anlauf genommen. Ja, leck mich am Arsch. Ah, die Temperatur geht hoch. Jetzt essen wir was. Erdnussbutter. Temperatur geht hoch. Uns geht es auf jeden Fall schon besser. Was war das? Schmerzmittel oder die rote Tasse? Ich glaube, rote Tasse habe ich aber nicht. Antibiotikum, nicht Schmerzmittel. Aber das haben wir. Okay, Handgelenk ist geheilt. Holy, 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 holy. Bleib elf Stunden über dem Gefrierpunkt. Dann geht es uns wieder besser. Ja, müssen wir auf jeden Fall pennen. So, meine Freunde, aber damit beenden wir auch den heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißige Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.